Musik Damit ihr fit bleiben könnt im Lockdown, hat die Arche in Lobberich Dominik Vial von Box In, Box Out geholt für ein Online-Fitness-Workout für euch zum einfachen Nachmachen vor dem Bildschirm. Stay fit und macht mit! Hallo Dominik! Hi, grüß dich! Übung 1. Für insgesamt 1 Minute, 15 Sekunden in jede Richtung. Mit dem Daumen zuerst nach oben zeigen und die Arme dann nach oben wippen. Dann das Ganze mit dem Daumen nach vorne, Arme nach vorne wippen. Dann den Daumen nach hinten zeigen lassen, Arme nach hinten wippen. Als letztes den Daumen runter und die Arme nach unten wippen. Übung 2. Für 30 Sekunden nachmachen. Übung 3. Schattenboxen. Für jeweils 30 Sekunden nach vorne, nach oben und zur Seite. Nach vorne boxen. Und dann 30 Sekunden nach oben boxen und 30 Sekunden zur Seite. Das Ganze mit dem Daumen nach unten wippen. Und nach oben. Und nach oben gucken dabei. Und nach oben. Und nach oben. Und nach oben. Und nach oben. Übung 4. Liegestützen. Drei Breite, drei Normale, drei Enge. Drei Breite, three祭 lightsами. Drei Breite, vier Jahre. Drei Breite, dreilemente. Übung 5, Kniebeugen, 5 mal. Übung 6, Ausfallschritte, 5 mal. Übung 7, Sichelfußwagen heben, 10 mal. Übung 8, Sit-Ups, 15 mal. Übung 9, der Superman, für 30 Sekunden. Übung 10, Nackenübung mit einer vollen 0,5 oder 1,5 Litern Flasche, 10 mal. Übung 11, Jumping Jack, für 30 Sekunden. Übung 12, die Sonne, für 30 Sekunden. Übung 13, Schultern rotieren, für 30 Sekunden. Einfach nur kreisen. Übung 14, Fingerdehnung. Beide Hände nacheinander, jeweils für 30 Sekunden nach außen und dann nach innen. Übung 45, Fingerdehnung. Übung 15, Hände ausschütteln, für 30 Sekunden. Grüßt euch zusammen, hat mir echt eine Menge Spaß gemacht und ich hoffe ihr habt auch Spaß damit und haltet euch ein bisschen fit und ich freue mich, wenn wir uns wieder in echt sehen.